...entscheidenden Unterschied machen. Hier erhältst du Informationen zur Spritmenge in deinem Auto, zu den verbleibenden Reifensätzen und deren aktuellem Zustand. Außerdem kannst du hier die Reifenstrategie vor dem Rennen ändern. Das ist geil, ne? Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass sie uns die Reifenstrategie... Das neue Teil funktioniert nicht. Das Team braucht noch mehr Zeit für die Entwicklung. Du solltest das Teil im übernächsten Rennen erhalten. Ah, alles klar. Dass sie uns das mit der Rennstrategie erklären im zweiten Rennen. Finde ich schon gut, muss ich ganz ehrlich euch sagen. Ja, wir fahren mit Weichen bis zur achten Runde. Dann nimmt er die harten und in der neunzehnten Runde die weichen. Warum ist es denn diesmal so wenig? 28 Runden nur? Ist die Rennen... Ich habe das doch nicht zurückgestellt, oder? Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Und werde mal gerade gucken, Leute. Ich habe das aber nicht zurückgestellt. Ganz kurz auf Karriere. Einstellungen. Renneinstellungen. 50 Prozent. Ist alles okay. Okay. Zentrale. Sorry für dieses Hin- und Herschwanken. Vielleicht schneide ich es raus. Aber 28 Runden fand ich jetzt gerade ein bisschen wenig. Aber 60 sind, glaube ich, da optimal. Ja. Gut. Ich würde sagen, Leute. Ab nach Sehpang. Unsere Rennstrategie steht. Achte Runde holen wir uns hin. Das neue Teil nicht rechtzeitig zu diesem Rennen fertig. Die Jungs wollen es noch weiter überarbeiten. Im übernächsten Rennen solltest du es dann nutzen können. Alles klar. Wir gehen ab ins Rennen. 29 Runden. Machen wir so bei 14. Runde. Einen Cut. Und dann geht es in der nächsten Folge wieder weiter. Also es wird jetzt immer zwei Folgen vom Rennen geben. Oder jetzt erst einmal. Und ihr könnt euch dazu ja äußern, was ihr besser findet. Da stehen die Mercedes, die wir uns wieder Parole hier bieten. Wir sind Sechster. Unser Teamkollege ist siebter. Spannendes Rennen, Leute. Spannendes Rennen. Benzin auf Fett. Ach du Scheiße. Starte ich immer kacke. Da ist der Elektromotor ausgegangen. Da der Nächste. Außen vorbei. Vierter, Leute. Komm. Gas. Komm. Zollen wir uns in Rosberg. Pass auf. Gleich beim Anbremsen. Und an den Vettel vorbei. Ha 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 ha. Musik Zweiter Platz Komm rum Der Hamilton, der macht da vorne wieder Sein Ding, Leute, das ist der Wahnsinn Läufelt der jetzt auf der engen Ecke vorbei, oder was? Musik So, Gas Ja, da kann ich doch jetzt nicht zu Dann macht sie warm Musik Also ich bin gespannt, wie lange ich mir den Den Rossberg wirklich hinter mir Halten kann Und eigentlich scheint hier mal die Sonne und die Reifen Werden richtig auf Temperatur gebracht Da habe ich es ein bisschen übertrieben Was ich jetzt habe, dass ich einlenke Und ich habe das Gefühl, als er mir der Arsch Mich überholt Also wir haben 28 Runden Ich habe mich verteilt, wir machen genau bei 14 Runden Dann Ja, das wissen wir Es ist geil, wenn ihr das Neuen Formel 1 Fans in der zweiten Rennen erklärt Also für die Leute, die nicht so Formel 1 trächtig sind, die das nicht Immer gucken, kann ich hier auch mal eine kleine Erläuterung Das DRS, was man aufmachen kann Was man nach Wenn man hinter Im Rennen Eine Sekunde hinter dem Gegner ist Dann kann man das aufmachen Und dann klappt sich hinten der Hack-Spoiler hoch Der da Geht dann auf Und Dadurch Habt ihr weniger Windwiderstand Und dadurch hat man eine Geschwindigkeit Eine Top-Geschwindigkeit Im Windschatten von 10 kmh Ungefähr mehr Wie der Vordermann Das soll das Überholen leichter machen Und mehr Konterschancen aufbauen Auch für die anderen Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand Das ist Der Dann haben wir ja einen Elektromotor Der Elektromotor hat 160 PS Also wird geschätzt Um die 160 PS Der lädt sich auf Mit Der Kinetischen Energie Wenn man bremst Kinetisch War das jetzt richtig? Ich hoffe Da ist der Hack-Spoiler auf Bei dem Reikön Oh Baby Komm Auf jeden Fall Lädt er sich auf Durch Bremsenergie Und Wenn hinten dann die Lichter bei denen mal leuchten Was früher nur beim Regen war Dann ist in dem Augenblick Der Elektromotor Aus Meistens Keine Energie mehr Oder er wurde so programmiert Dass er zum Ende ausgeht Das verrät ja die Formel 1 Nicht so ganz Ob das wirklich manchmal nicht Auch der Fall so ist Aber eigentlich soll es so sein Dass dann die Energie Aufgebraucht ist Oder dass er sich Abgeschaltet hat Weil er keinen Vollgas gegeben hat Das kann nämlich auch noch der Fall sein Was gibt es da noch? Ja das war ein Achtganggetriebe haben Was wir Hier Bei Force India Irgendwie nie mitbekommen Dass es einen Achtgang gibt Außer wenn ich mal Selbst reinschalte Was ich eigentlich jetzt selber Nutzen müsste Den achten Gang Sechs Sieben Sechster Jetzt geht er in siebten Und dann kann man eigentlich gleich In achten schalten Um Etwas Benzin zu sparen Jetzt haben sie kein DRS Die Gegner Entweder sie lassen Abstand Um ihren Motor zu kühlen Oder haben einfach überhaupt Keine Chance An mir vorbeizukommen Weil schnell fahre ich Wirklich nicht Wo ich Zeit verliere Ist auf jeden Fall Hier In diesem Sektor Den kann ich nicht Den konnte ich aber auch noch nie In keinem Formel 1 teilen Das ist sehr gut Aber der Hamilton Der hat schon 10 Sekunden Vor mir Also da sieht man einfach Dass sie Dass der wirklich In einer ganz anderen Liga fährt Wie ich So jetzt sehen wir mal ein bisschen Pushen Ich hatte zum Beispiel Gerade nur 300 auf der Geraden Als wenn er da gerade Keinen Elektromotor hatte Reifenverschleiß Reifenverschleiß Sehr groß Ich versuche jetzt die ganze Zeit Hier diese hier Besser hinzubekommen Die Kurve Aber ich kriege es einfach nicht Geschissen Das fängt ja wieder an Dass die Räder nur hinten Oh Zu spät eingelenkt Und man Heck ist hinten total instabil Wir haben hinten so ein Schwimmere Also richtig am schwimmen Die ganze Zeit Das Heck Also ich habe auf jeden Fall Zu wenig Abtrieb genommen Also ich hätte den Spoiler Nicht auf komplett hinten Trocken stellen sollen Ich weiß gar nicht Was wir gleich kriegen Weich oder hart Riccardo ist dritter Wahnsinn Guck mal da fährt der Hamilton Schon auf der Geraden Absoluter Hammer Er fährt komplett In einer anderen Liga Der Hamilton Da vorne Wenn die anderen Viel schneller wären Dann würden sie ja Aufschließen Auf Alter Seht ihr das Was ich dann rutsche Schon wieder Was machen denn Meine Reifen Ups Es geht eigentlich noch Ja wir werden jetzt nochmal pushen Ich bin nur am rutschen Als wenn kein Gummi Da ist Jetzt holen sie aber Mit Jetzt ist der Rosberg Dritter Guckt euch das an Was der sich absetzt Von den anderen Die Mercedes Das ist echt Eine eigene Liga Ich glaube das ist auch Mein Problem Was ich habe Dass ich halt die Hinterreifen Gar nicht zum Arbeiten Bekomme Und deswegen immer Ein unruhiges Hack habe Was Force India In echt Ja wirklich hat Also wenn sie jetzt So penibel wären Bei Codemaster Dann Prost Mahlzeit So wir fahren rein In ne Box Und dann Sprit Schon mal Auf Mager stellen Kommen sie alle Hinterher Oder Ein großer Teil Zwei sehen wir da schon Naja Großer Teil Drei Ich hoffe nur nicht Dass wir so einen Boxenstop Kriegen Dass wir Jemanden Vorbeilassen müssen Dann kriege ich die Pimpernellen Leute Komm 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 Steiner 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 Komm 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 Raus 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 Okay Keinen vorbeigelassen Siebter ist ganz okay Nach dem Boxenstopp Du kannst den Abstand halten Ich kriege hinten die Reifen Nicht warm Leute Das ist mein Großes Problem Bin Achter auf den Fahrer Die Fahrer ist hinter dir Er liegt gerade mal Zwei Sekunden zurück Wenn du einen Fehler machst Nimmst du vermutlich Wir gehen mal wieder auf Standarddrehzahlen. Haha, den Riccardo haben wir wieder gekriegt, die Mercedes sind eh egal, da habe ich keine Schütte gegen. Scheiße! Zu früh Gas zu geben. Durch den Respin, den ich hinten habe, oder durch die Traktionskontrolle, weil ich die Hinterreifen nicht warm bekomme, ziehen die mir alle davon. Deine Hinterreifen sind etwas zu kalt. Nein, du hältst jetzt den Mund, der Vettel drückt. Guckt euch mal die Hinterreifen an, die sind total kalt. Guckt euch mal die Hände an, die sind total kalt. Guckt euch mal die Hände an, die sind total kalt. Mir schleift schon wieder die rechte Hand ein, das ist doch der Wahnsinn. Jetzt erst! Das ist der Wahnsinn! Vielleicht haben wir das jetzt mit dem Reifenproblem gelöst. Guckt euch mal die Hände an, die sind total kalt. Sind schon wieder kalt. Guckt euch mal die Hände an, die sind total kalt. Guckt euch mal die Hände an! Jetzt wird er vorbei gehen. Oh Mann, ey! Aus marginalisieren und insbesondere kalt. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Komm, Baby, komm. Zeig, was du kannst. Der Renault hat so wenig Leistung, der dürfte gar nicht vorbeikommen. Ah, das funktioniert, glaube ich, besser mit dem Bremsbalance nach hinten legen, wenn sie zu kalt wären. Ich hätte mehr Abtrieb mitnehmen müssen. Also wir hätten die Setup nicht auf voll trocken, sondern einen zurück. Dann hätten wir wahrscheinlich mehr Anpressdruck gehabt. Auf der Hinterachse. Und dadurch werden die Hinterreifen besser zum Arbeiten gekommen. Und dadurch werden die Mitarbeiter nur ein Blし tendert. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, das war der erste Teil des Rennens, der zweite folgt morgen wie gehabt, jeden Tag 15 Uhr und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2014, morgen der zweite Teil vom Rennen. Und ich sage erstmal vielen Dank, bis morgen, tschaui loi.